Guten Tag und herzlich Willkommen im Wellness- und Kuschelhotel Winzer. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen über das große Hotel und vor allem den umfangreichen Wellnessbereich, nehme ich Sie gleich mal mit auf einen kleinen Videorundgang. Sie sehen es, ich habe bereits den gelben Bademantel an. In dem führe ich Sie gleich links durch das Wellness-Schlössel. Dort warten das Edelstein und Emotion Spa auf Sie. Und rechts neben mir, da stehe ich ja schon im braunen Bademantel und mit dem geht es ins Solespa. Dort gibt es Highlights wie die Event-Sauna oder die Panorama-Ruheräume. Zuallererst bekommen Sie aber einen Überblick über das Hotel von außen. Im Gebäude rechts außen befinden sich die exklusiven Doppelzimmer und Suiten des Boutique-Hotels und das Solespa mit der großen Event-Sauna und den Panorama-Ruheräumen. Die Residenz bietet gemütliche Kuschelzimmer und die Garagendecks 1 bis 3, wo wir Ihnen einen videoüberwachten Stellplatz pro Zimmer kostenlos zur Verfügung stellen. Im Haupthaus befindet sich neben weiteren Zimmern unser Sonnendeck und der FKK-Bereich. Links ist unser Wellness-Schlüssel. Hier finden Sie das Edelstein und das Emotion Spa mit der vier Elemente Sauna-Welt und exklusiv gestaltete Entspannungs- und Ruhezonen. Fitnessraum, Alphasphere und Brain Light Launch laden hierzu Sport und Tiefenentspannung ein. Außerdem befindet sich in diesem Bereich auch unsere Spa-Rezeption. Hier verwöhnen wir Sie mit Kosmetik, Massagen und Bar-Anwendungen. Das klingt ja alles sehr verlockend, deswegen legen wir gleich los mit unserem Rundgang durch das Wellness-Schlüssel. Der Schlüssel zu Ihrer Entspannung liegt gleich links hinter der Rezeption. Es ist der Schlössellift. Wir sind ja im Moment im Erdgeschoss auf einer Ebene mit dem Restaurant und der Rezeption und nur eine Etage tiefer auf Ebene vier ist das Edelstein Spa. Dort geht es jetzt hin. Ich freue mich drauf. Im Edelstein Spa starte ich zunächst an der Teebar. Eine Auswahl an Tees, Obst und anderen Erfrischungen steht für Sie bereit. Und wenn Sie dann frisch gestärkt sind, dann dürfen Sie sich auf die Relaxoase freuen. Gleich hinter der Teebar tauchen Sie ein in die Entspannungswelt des Hotel Winzer. Der königliche, würzige und vor allem waldartige Duft im Zirben-Wohnzimmer wirkt kreislaufentlastend und beruhigend. Lassen Sie den Blick schweifen und die Seele baumeln. Im Halmbad liegt Ihnen das Salzkammergut zu Füßen und die vielseitige Saunalandschaft befindet sich gleich nebenan. Eine der vielen Möglichkeiten im Hotel Winzer ins Schwitzen zu kommen, ist der Salzmeditationsraum mit Sohlen-Nebel-Inhalation. Bei rund 40 Grad ist es ein sehr sanftes Schwitzen und der hohe Salzgehalt in der Luft reinigt die Atemwege und ist gut für die Haut. In unserem Edelstein Spa erwarten Sie aber noch zahlreiche weitere Highlights. Unsere vier Elementesaunen. Die Feuersauna sorgt mit dem Holz, der Zirbe und flackerndem Feuer für eine Beruhigung des gesamten Organismus. Die Hüttensauna steht für das Element Erde. Sie hat das Ambiente einer klassischen Sauna mit etwa 70 Grad Temperatur. Für das Element Luft steht unsere Steinsauna. Boden, Wände und Bänke sind beheizt. So kann die Strahlungswärme tief in Ihren Körper eindringen und Ihr Wohlbefinden steigern. Entspannen Sie sich mit besonderer Lichtstimmung und leiser Musik in unserem Lavendelbad. Frischer Lavendelduft verwöhnt hier Ihre Atemorgane. Er steht für das Element Wasser. Genießen Sie die Infrarot-Tiefenwärme in unserem Zirbenstüberl oder das außergewöhnliche Ambiente in unserer funkelnden Edelsteingrotte. Und nach dem Schwitzen finden Sie im Iceroom eine herrliche Abkühlung. Alle unsere Saunen und Ruheoasen haben wir für Sie ausführlich in Winzers Wellness Guide zusammengefasst. Sie sehen also, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Und wie Sie wissen, nach dem Saunieren soll man sich ja ausruhen und entspannen. Und die großzügigen und exklusiven Ruhebereiche sind auch eine Spezialität des Hotel Winzer. Und die schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Die erste Entspannungsoase, an der wir vorbeikommen, ist das Traumland. Hier können Sie sich in entspannter Atmosphäre in das Reich der Träume verabschieden. Aber es geht noch besser, denn vom Traumland geht es direkt weiter ins Himmelreich. Hier kann man in stylischen Kokons und auf Wasserbetten relaxen und sich fühlen wie im siebten Himmel. Das Thema Kristalle zieht sich durch das ganze Hotel Winzer. Und auch hier in der Kristall-Lounge können Sie neben glitzernden und funkelnden Kristallen entspannen. Nach meinem Entspannungsmarathon freue ich mich jetzt so richtig auf den Pool. Das Wasser hier im Emotion Spa hat angenehme 31 Grad. Wer also auch hier lieber entspannen möchte, für den gibt es die Unterwasser-Massagen liegen und wer ein bisschen Lust auf Bewegung hat, für den gibt es die Aquabikes, wo man sich gelenksschonend bewegen kann. Also auch hier wie immer für jeden etwas dabei im Hotel Winzer. Eine besondere Sauna ist die Panorama-Sauna. Man genießt einen wunderschönen Ausblick auf das Salzkammergut und der Mann, der Ihnen hier einheizt, der sitzt neben mir, Saunameister Franz. Grüß Gott. Franz, worauf blicken wir? Was genau sieht man im Salzkammergut? Viel Grün, das ist einmal wichtig, das ist für die Seele gut. Dann sieht man den Traunstein, dann sieht man das Höllengebirge. So ein Aufguss bei dir, da wird einem heiß, mir ist jetzt schon heiß. Wie genau läuft das ab? Es wird bei 80 Grad Temperatur aufgegossen mit verschiedenen Düften. Die Düfte wechseln täglich, es wird immer andere Aromen verwendet und Einreibung haben wir dann mit Honig mit Salz. Das ist ein ganz guter Pilling für die Haut und auch ein Labsal für die Seele. Heißt das auf jeden Fall? Auf alle Fälle, mir ist jetzt schon heiß. In der Badorama-Sauna, da ist also Saunameister Franz dafür zuständig, Sie so richtig ins Schwitzen zu bringen. Wenn Sie sich selbst abrackern wollen, dann gibt es dafür den hauseigenen Fitnessraum, wo Räder, Laufbänder, Hanteln alles bereitsteht, um sich so richtig auszubauen. Aber ganz ehrlich, statt mich im Fitnessraum abzurackern, habe ich mich lieber für die Alphasphere entschieden. Die Tiefeentspannung hierinnen hat eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf Körper und auf Geist. So kann man auf diesem Wege zum Beispiel perfekt Stress abbauen oder auch die eigene Leistung steigern. Direkt vor der Alphasphere finden Sie die Brain Light Lounge. Hier befinden sich die Massagestühle der mit vier Awards ausgezeichneten Firma Brain Light. Die Stühle stimulieren den ganzen Körper. Alles was Sie dafür brauchen ist eine Münze, die Sie hier einwerfen und an der Wellnessrezeption bekommen und dann kann es auch schon losgehen mit der Entspannung. Wer es lieber traditionell statt Hightech möchte, für den ist der Feng Shui-Raum genau der richtige Ort, um zu entspannen oder zu relaxen. Oder Sie ziehen sich in den Raum der Stille zurück. Wir sind nun wieder an der T-Bar angelangt und gleich neben der T-Bar befindet sich die Spa Lounge, der Massage- und Beautybereich des Hotel Winzer. Und genau hier wollen wir Ihnen jetzt die Highlights des Massage- und Kosmetikprogramms vorstellen. Hier in der Spa-Rezeption können Sie unsere exklusiven Massagen und Beauty-Anwendungen buchen. Lassen Sie sich von unserem Team an professionellen Spa-Therapeuten mit Naturkosmetik und hochwertigen Pflegeprodukten verwöhnen. Oder genießen Sie die Zeit zu zweit bei Bar-Anwendungen. Wir beraten Sie gerne zum umfangreichen Wellness-Angebot. Also ich wäre gleich am liebsten in der Spa Lounge geblieben und hätte mich dort auf einer der Massage liegen verwöhnen lassen. Aber es gibt ja noch so viel mehr zu entdecken im Hotel Winzer. Wir sind wieder im Rezeptionsbereich und vorbei am Restaurant und an der Bar geht es direkt zum Haupthauslift und der bringt Sie direkt auf das Sonnendeck. Dort können Sie das einzigartige Bergpanorama und die frische Bergluft genießen. Also ich würde sagen, auf geht's! Die vielfältigen Außenbereiche machen das Hotel Winzer auch vom Frühjahr bis zum Herbst Welt besonders interessant. Damit sind wir auch schon wieder zurück von unserem Rundgang durch das Wellness-Schlössl und wieder bei der Rezeption angelangt. Ich darf Sie jetzt in den rechten Hotelflügel entführen, in das Sohle-Spa. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so richtig Lust auf Action und die gibt es in der Eventsauna. In der Eventsauna erwarten Sie geführte Themenaufgüsse, Musik, Videos oder bestimmte Duftaufgüsse. Unser Saunameister überrascht Sie täglich von Neuem. Die Uhrzeit und das Thema werden vor der Sauna ausgeschrieben. Salz ist natürlich das Thema in unserem Sohle-Spa. Gönnen Sie sich doch ein Salzpeeling in unserer Kräutersauna. Das wirkt herrlich beruhigend auf den Geist und reinigend auf den Körper. Genießen Sie Ruhe und Entspannung mit der lebensspendenden Kraft des Salzes in unserem Sohle-Pool oder der Salzlounge. Abkühlung bietet der Ice Cube und der Eisnebelgang. Im Sohle-Spa erwarten Sie auf allen Ebenen fantastische Panorama-Ruheräume, so wie hier im Erdgeschoss. Mit dem Sohle-Spa-Lift gelangen Sie dann in das erste Untergeschoss. Dort erwarten Sie die Ruhe- und Balance-Cookos. Und eine Etage tiefer, im zweiten Untergeschoss, erwartet Sie das Sohle-Dampfbad und die Mühlrad-Sauna. Mit dem Sohle-Spa-Lift sind wir jetzt ganz hinaufgefahren in das Obergeschoss. Und ich würde vorschlagen, jetzt ist es Zeit für ein paar Vitamine an der Obstbar und dann sollten Sie unbedingt auch eine Tasse D im Panorama-Ruheraum genießen. In schwebenden Kuschelnestern relaxen. Einen Cocktail in der Outdoor-Lounge genießen. Oder im Moos-Ruheraum sanft den Blick und seine Gedanken schweifen lassen. Das Sohle-Spa bietet pure Entspannung. Hier im Moos-Ruheraum beende ich nun auch meinen Hotelrundgang. Ich wünsche Ihnen einen tollen Aufenthalt und eine entspannte Kuschelzeit im Hotel Winzer. Das Sohle... Grunduter croisert цен Kuschelzeit Kuschelzeit D. so Vielen Dank.